da jetzt ist der maus wieder da einmal das ein bisschen niedriger so ach da jetzt aber sonst ist soweit alles in ordnung bei dir wenn man so fragen kann haben wir gleich expeditionsschiff gelandet hier beim roten hier beim bergwerk ich weiß nämlich nicht wo ich kohle kohle gold bekommen kann das brauche ich dringend lassen wir noch ein machen mache ich ein katapult hin damit es kaputt geht und der star wird dadurch kaputt gemacht was sage die und ruhig münze rein was haben wir jetzt ein lager ist fertig es ist genau dort oder angekommen wo ich es nicht wollte kann schon nicht nach unten nein da gehst du auch nicht immer ein bisschen nach oben machen wir mal den ton vom handy aus sonst hat man das die ganze zeit sich beschweren so die barack bekommen keine münze da laufen zwei dann ok dann doch auch nein er greift an was habe ich hier drin oh nein moment och ne jetzt bekommen die die münze steige auf und der wird besiegt ich sage ich doch ich warne dich geht doch jetzt ist hier besetzt besetzt sondern ja sagen muss doch doch besetzt dann machen wir hier ein wachtturm hin hier kommt noch ein paar hacke hin das machen wir schnell wenn das nämlich gold ist dann sieht das so schnell wie möglich das sieht nach eis aus und das ist fertig jetzt baut er noch eins naja bis jetzt ok jetzt greift er an mit zwei oh nein der kann fertig bauen wo ist der andere hin sag nicht den anderen habe ich schon verloren nein nein da mach ich bewusst bewacht von hier da mach ich hier ein späturm hin warte um zu schauen was da unter doch ist ja 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 wo ist jetzt eigentlich das andere schiff es ist hier gelandet wow genau das genau dann als ich angekommen bin habe ich noch einen holzfäller nein das ist hier das ist hier das ist hier dann Da ist Goldberg weg. Da ist Gold. Da, das will ich. Drei, vier, wo ist der fünfte? Bleibt der auch noch da an? Oh, no. Der wird verlieren. Oh, so ein deppertes Katapult. Da starten wir mal einen Angriff. Oh, nein. So, hier habe ich Gold. Was du kannst, kann ich auch. Ach, aber besser. Machen wir hier ein Katapult hin. Hier eine Baracke. Machen wir mal weg. Machen wir mal eine Baracke hin. Machen wir hier jeweils eine Baracke hin. Ich will nämlich wissen, was da hinten noch, ähm, Sachen sind. Sehr schön. Da, da war Gold. Da ein Gelehrter. Da ein Gelehrter. Ja. Da geht's. All right, so da gekept. Okay. da bin ich ja immer noch nicht fertig ok ich habe nichts gesagt wo werde ich angegriffen ich hätte es sein können und gefunden aber nur minimal da dahinter ich heiße den machen wir weg den machen wir weg so wenig gold minimal gold ja jetzt ist auch mein eisebergwerk gold gold die habe ich da habe ich eine fischerhütte hier eine hin relativ weit weg das ist ja dahinter beim gegner dann möchte ich gerne hier hat er Pult machen wir hier einziehen ach da will wieder einmal angreifen machen wir keine Münze der Turm brauche ich nicht da greift einer an der Griff ist fertig jetzt machst du aber mal Pause dadurch habe ich Land verloren wo derjenige da angreift ach da er verliert einen nach dem anderen da hin da hin da hin da hin das ist ein komischer langer Weg aber den Weg werde ich sowieso gleich wieder weg machen sofern die Baracke da überlegt ist ich schaue gleich die Nachricht an jetzt will er es wissen gut gut habe es überlegt habe es schön abwehren können da habe ich keine soldaten na klar habe ich keine da habe ich keine da die die Verdammt, wo war das? So, das habe ich bis jetzt. Gut, dann kann der Weg nämlich weg. So, jetzt dahinter. Kohle, das baue ich noch schnell. Machen wir hier Eisen. Hier Kohle. Hier Kohle. Ja gut, dann lassen wir das. Ach, da wird gebaut. Ich hoffe auch. Der wird angreifen, verdammt. Der ist mit gerade nicht wenige. Der Katapult wird schon gebaut, das ist gut. Der nimmt mir meine ganzen Leute weg, verdammt. Das ist gut, das ist gut. Oh, das wird gerade noch gebaut. Oh nein, aber da, die Bergwerke sind weg. Ich komme gar nicht mehr mit den Nachrichten hinterher. Oh, dann habe ich das wieder. Kommt weg. Oh, jetzt reicht es langsam. Ähm, da war Kohle. Da war Kohle, da war Kohle, da war Kohle. Da war Eisen. Machen wir da aber auch Kohle und dann hier Eisen. So. Das hier weg. Das hier weg. Er greift weiterhin an, okay. Dadurch habe ich Land verloren und macht mir nichts. Er hat keinen Fisch mehr. Dann tschüss. Tschüss. Machen wir hier eine Fischerhütte hin, oder? Geht das? Nein. Als wenn er wirklich... Stimmt, wie viel habe ich jetzt eigentlich? Bitte. 12 Äxte. Jetzt greift er da an. Okay, der sich verbraucht. Wasser gefunden, ist egal. Kein Stein mehr. Kommt der auch weg? Glauben wir aber Steine? Da ist niemand drin. Oh, mischt. Sollte ich da schnell angreifen. Äh, mischt. Wo hat er jetzt? Da ist irgendwo noch ein Steinbruch. Holz, 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 Holz. Die Bauernhöfen, nicht? Drei Stück. Hm. Nee, da kann ich keiner hinsetzen. Darn not. Muss hier nochmal einen Bauernhof hinsetzen. Sehr schön. Das verliere ich jetzt. Dann geht's wieder Nachrichten abarbeiten. Dann kann ich nämlich hier eine Fischhütte machen. Den Weg lasse ich noch. Ja, Angegriffe. Okay, das hat nichts mehr zu bedeuten. Hier mache ich einen Katapult hin. Hoffentlich bleibt es bis dahin. Eingenommen, eingenommen, Angegriffe, eingenommen. Eiser. Das ist nicht mehr wichtig. Kohle. Eingenommen, Angegriffe, verloren, verbraucht. Okay. Das da ist auch verbraucht. Kein Fisch mehr. Okay. Da bin ich alles wieder. Aktuell. Die machen wir wieder dran. Der Holzfäller ist wahrscheinlich gerade erst besitzt. Macht aber nichts. Wege kommen da weg. Oh, Münze. Münze, überall Münze raus. Perfekt. Da mache ich einen Spähturm hin. Also, mein Ziel ist irgendwo hier oben. Also, jetzt muss ich erst mal hier das Ganze drumherum für mich beanspruchen. Sollte das funktioniert haben, kann ich das Ganze hier wieder rückgängig machen. Das heißt, alle Soldaten wieder zu mir. Wichtig ist jetzt aber, das da. Da ist noch ein Haferplatz. Äh, apropos Hafer, wo sind meine Schiffe? Oh, da bauen wir da hin. Ähm, ich habe vier Schiffe. Ah, da unten. Der ist komplett runtergegangen. Das heißt, der Rote hat hier irgendwo. Okay, was sagt das? Meine Landesgröße steigt enorm. Gebäude hat der Gelbe mehr. Einwohner habe ich noch mehr. Ware hat Rot mehr. Militär machte ich der fast bei Null. Okay. Gold hat der natürlich weit mehr. Da muss ich jetzt warten, was der Spätrum so zeigt. Sonst habe ich ein Problem. Das machen wir weg. Wo werde ich wieder angegriffen? Kein Stein mehr. Okay. So. Den Weg lasse ich noch. Der hat noch Stein. Der kommt aber da nach hinten. Die kann ich nämlich dann nachher wegmachen. Da kann noch eine Fischerhütte hin. Hier könnte ich eine Festung hinsetzen. Hier mache ich auch noch eine Fischerhütte. Und hier ein Steinbruch. Jetzt, so. Das passt. Kohle geflogen. Oh. Da habst du schon zwei rum? Der Holzfäller ist durch. Interessant. Ich soll trotzdem da weitermachen. Da hab ich da viel zu viele Baustellen oder wieso? Auch eine Sense. Und halt. Einmal das da. Dankeschön. Da hab ich's genug. Aber wie krieg ich Holzfäller? Kohle? Dann ist das ein komplettes Kohle. So wie das aussieht. Ah, da ist also. Der rennt weg und der rennt da hin. Da kommen die erste Bretter. Wasser brauche ich aber trotzdem keins. Boah, der rei hat kein Getreide. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich mach' ich auch nicht schlossere Schmiede. Das weiß ich nicht. Ich mach' ich auch nicht schlossere Schmiede. Wasser natürlich Brauerei wie Bäckerei. Das kann ich hochwerken. Ich mach' hier einen Holzfäller weg. Mach' die Baracke weg. Ich kann die dann eventuell auch wegmachen, aber das mach' ich dann beim nächsten Speichern. Damit... Hab' ich... Nein! Komm' da mit nem Große. Warte, was? Da kommt keiner mehr. Verdammt. Verbraucht. Verdammt. 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 Im nächsten Speichern kann ich hier... die Baracke wegmachen. Sollte eigentlich funktionieren. Dann mach' ich da den Weg hoch. du kommst schon mal weg hier kommt weg bingo